Ich zeige dir Sachen, die du vielleicht noch nicht kennst und die du vielleicht so noch nicht betrachtet hast. Und zwar geht es heute unter anderem, nicht nur, aber unter anderem um das Cent-Konto. Ich werde sehr häufig gefragt, was bringt mir das Cent-Konto, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Darum geht es heute. Und was ich dir vor allem zeigen möchte, ist, wie du mit einem Cent-Konto höhere Gewinne erzielen kannst, als mit einem normalen Konto. Ja, du hast richtig gehört, mit einem Cent-Konto kann man tatsächlich mehr Gewinne erzielen und das, obwohl es doch auf den ersten Blick vielleicht etwas teurer ist. Dazu kommen wir gleich. Das nächste ist, wie sinnvoll ist es zum Beispiel, ein Prozent am Tag zu machen? Ja, ist es möglich, ist es nicht möglich? Das zeige ich dir dann später, wo die Gefahren sind und ob es überhaupt nötig ist, ja, tatsächlich ein Prozent am Tag zu machen. Also ich werde eben oft gefragt, ich habe jetzt hier beispielsweise 5000 Euro Gewinn stehen, was heißt das bei dem Cent-Konto und so weiter und so fort. Also wir fangen gleich an. Es gibt keine dummen Fragen und dementsprechend, wenn du irgendwelche grundsätzlichen Fragen zum Thema Forex-Trading hast, Algo-Trading, Roboter-Trading, pack es gerne unten in die Kommentare und ich werde darauf garantiert antworten. So, und jetzt legen wir gleich los und zwar mit den Vorteilen, die ein Cent-Konto bietet. Und zwar kann man ein Cent-Konto erklären, ja, anhand zweier Dinge. Der erste Vorteil, den man auf jeden Fall hat, das sind, dass man Strategien mit wenig Echtgeld richtig testen kann. Ja, weil in einem Demo-Konto kann ich das natürlich auch testen, aber dort hat man nicht die echten Spreads und auch nicht die echte Slippage. Ja, also die Broker sind natürlich eher angehalten, Sachen in einem Demo-Konto gut dastehen zu lassen. Aber wenn es dann um ihr eigenes Geld geht, und das geht es eben im Cent-Konto dann irgendwo auch, ja, das heißt, die müssen dann schon gucken, dass die Gebühren oder die Gewinne, die du machst, dann natürlich auch von ihnen getragen werden. Natürlich im Idealfall handelst du ja sowieso am richtigen Markt. Aber in einem Demo-Konto kann man natürlich Sachen besser darstellen und die Leute animieren, mit echtem Geld zu handeln. Weil damit verdienen sie ihr Geld, wenn man Gebühren zahlt oder wenn man eben Sachen vom Spread bezahlt. Und das geht eben tatsächlich günstig mit einem Cent-Konto. Der zweite Vorteil bei einem Cent-Konto ist, dass du gar keine Gebühren hast. Ja, also das heißt, du bezahlst nur den Spread, nur in Anführungszeichen. Der ist etwas höher, das sage ich gleich, weil du eben auch keine Gebühren hast. Das ist aber bei allen Konten so, wo du keine Gebühren hast. Dort ist der Spread etwas höher, aber es gibt zum Beispiel Handelsroboter, die die Gebühren und Swap-Gebühren beispielsweise nicht mit einberechnen. Ja, das heißt, dann hast du offiziell eigentlich einen Gewinn gemacht, dann werden die Gebühren abgerechnet und dann plötzlich bist du vielleicht doch leicht im Verlust. Ja, das sind meistens keine großen Geschichten, aber es kommt eben vor. Zum Beispiel der Gold Edge, der sehr, sehr beliebt ist, ja bei mir auch im Chat, der macht es zum Beispiel nicht, dass er Gebühren mit einberechnet. Ich habe den Entwickler schon angeschrieben, darum gebeten, ob er das nicht vielleicht mit einrechnen kann. Ebenso die Swap-Gebühren. Mal gucken. Er hat schon darauf reagiert, aber ob er es dann macht oder nicht, wird man dann natürlich in Zukunft sehen. Also da muss man dann eben entsprechend schauen. Und das ist eben dann eben ein Vorteil bei einem Konto, was keine Gebühren hat. Dann sind so eine Handelsroboter natürlich auch schon mal sehr, sehr gut. Das Zweite ist, dass sie eine bessere Skalierbarkeit haben. Und das ist eben der sogenannte Zinses-Zinseffekt. Den zeige ich dir dann eben auch später anhand eines echten Beispiels, wie das Ganze denn entsprechend aussehen kann. So, auf der Negativseite habe ich dann zwei Sachen stehen. Der erste Nachteil, den habe ich schon genannt. Das sind die höheren Spreads. Ja, das heißt, man muss natürlich Gebühren irgendwie immer bezahlen. Und in dem Fall werden die Gebühren über die Spreads eben bezahlt. Und das ist eben in dem Fall auch ganz normal. Und jetzt kommen wir eben dazu, wie so ein Spread oder so ein Cent-Konto funktioniert. Und zwar ist das ganz einfach so, du nimmst beispielsweise einen Euro oder einen Dollar und packst ihn auf ein Cent-Konto. Und das Ganze wird dir dargestellt, als wenn es 100 Euro oder 100 Dollar sind. Also das heißt, der Betrag, den du hast, wird verhundertfacht. Was aber nicht verhundertfacht wird, das ist die minimale Lotgröße. Ja, die ist bei 0,01 ebenso wie bei einem normalen Konto. Aber in diesem Cent-Konto sind die 0,01 Lot eben nicht so wie im Normalfall 1000 Dollar oder 1000 Euro. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Lot Euro US-Dollar handle, im normalen Konto sind das 100.000 Euro. Ja, das entspricht 100.000 Euro. Und wenn ich in einem Cent-Konto ein Lot handle, dann entspricht das nur 1000 Euro. Ja, ein Hundertstel davon ist das dann. Weil du ja quasi die hundertfache Menge an Geld hast und dementsprechend bei einem Lot nur ein Hundertstel sozusagen handelst. So, jetzt kannst du aber auch in einem Cent-Konto 0,01 Lot handeln. Das heißt, das heißt 0,01 Lot entspricht 10 Euro. Ja, also 1000 Euro durch 100 nochmal sind das 10 Euro. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein Broker und du hast Kunden, die ständig nur 0,01 Lot handeln. Da hast du natürlich die gleichen Kosten für den Server, für die Administration, für den Kundendienst, für die IT etc. wie bei einem normalen Konto. Und deswegen sind die Kosten etwas höher. Ja, deswegen sind die Spreads etwas höher, weil du im Endeffekt teilweise mit 0,01 Lot nur 10 Euro handelst. Und das ist eben der Grund, warum sie etwas teurer sind einfach. Genau, richtig. Und der zweite Nachteil ist, dass man nur Währungen, Metalle und Kryptos handeln kann. Man kann zum Beispiel keine Indizes oder anderen Rohstoffe außer Metalle beispielsweise handeln. Das ist eben auch nochmal so ein Nachteil. Hängt wahrscheinlich auch mit der Liquidität zusammen, dass man eben jetzt bei Rohstoffen, bei Öl und so weiter natürlich schon sehr, sehr liquide ist, aber eben in diesen kleinen Einheiten nicht noch weiter runter gehen kann. Also das sind so die Nachteile, die ein Cent-Konto einfach hat. So, und den ersten Teil, wie man quasi ein Cent-Konto beschreiben kann, habe ich eben gemacht. Das heißt, man packt 1 Euro oder 1 Dollar auf das Konto und hat dann eben 100 Dollar oder 100 Euro. Also das Ganze verhundertwacht sich. Wie man es auch sehen kann, also angezeigt wird es so, wie ich es eben erklärt habe, aber wie man es auch sehen kann, ist, wenn man zum Beispiel ein Cent-Konto hat, das einem der Broker erlaubt, 0,0001 Lot zu handeln. Ja, das ist die andere Möglichkeit, wie man es sehen kann. Das heißt, es werden zwar 0,01 angezeigt, in einem 100-Euro-Konto beispielsweise, aber man hat statt 0,01 Lot durch 100, kann man eben 0,0001 Lot handeln. Das ist die zweite Variante. Ja, also das heißt, im Vergleich zu einem normalen Konto hat man quasi zwei Nullen nochmal zusätzlich vor der eigentlichen Handelsgröße. Und das ist eben die zweite Art, das Ganze zu erklären. So, du hast es jetzt wahrscheinlich gerade gehört. Und zwar ist hier der EA, den ich hier gerade teste, auf den US 500 gerade durchgelaufen und hat jetzt in drei Jahren das Kapital fast verdoppelt bei einem maximalen Drawdown von 10%. Also das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, ich schaue mal, wie der Backtest noch weitergeht. Da werde ich noch ein bisschen optimieren, aber weiter zum Thema. Und jetzt zeige ich dir zwei Paradebeispiele, wie es eben auf einem Cent-Konto laufen kann. In einem meiner letzten Videos hatte ich die beiden schon mal gezeigt und das dritte zeige ich gleich noch. Und zwar sind das Konten, die auf Cent-Konten laufen. Das heißt, auch mit Cent-Konten kann man hohe Gewinne erzielen. Und hier sieht man es eben auch wirklich, was für eine perfekte statistische Kurve sich hier einfach ergibt, bei gleichzeitig relativ geringem Drawdown. Das ist beispielsweise das Konto, was man auch kopieren kann über CopyFX. Ich packe dir das Video unten in die Videobeschreibung und dann kannst du dir das anschauen, wie das alles funktioniert und ob du Interesse daran hast, beispielsweise diese Strategie zu kopieren. Auch das ist ein Cent-Konto. Das heißt, hier sind eigentlich wirklich nur 250 Euro mal eingezahlt worden. Und wir sind jetzt knapp bei 300 Euro. Das innerhalb dieser kurzen Zeit. Und jetzt zeige ich dir noch ein Konto, was eben kein Cent-Konto ist und an dem ich dir die Skalierung einmal zeigen möchte. Und als zweites, wie das Ganze gemeint ist, mit einem Prozent am Tag, muss man das wirklich erreichen, sich diesem hohen Risiko aussetzen oder geht es auch mit etwas weniger? So, und hier sind wir bei dem nächsten Konto und das ist eben ein normales Konto. Das ist in diesem Fall bei IC Markets noch, weil ich damals noch bei IC Markets war. Jetzt bin ich komplett zu Roboforex, aber dieses Konto läuft halt dort weiter. Auch das läuft mit Echtgeld, aber eben tatsächlich kein Cent-Konto. Das heißt, hier habe ich 170 Euro ursprünglich eingezahlt und daraus sind jetzt schon fast 500 Euro geworden. Und warum meine ich das mit der Skalierung? Oder fangen wir erstmal mit dem anderen an. Und zwar, dieses Konto macht hier relativ konstant 14, 9, 17, circa 8 bis 10 Prozent im Monat. Das kann man halt wirklich sagen, ohne dass ich was dran geändert habe. Das heißt, es startet immer mit 0,01 Lot bei 500 Euro und das wird eben auch entsprechend nicht mehr. Ich überlege jetzt vielleicht zu sagen, bei circa 600 Euro das Ganze auf 0,02 Lot zu machen. Das heißt, je 300 Euro 0,01 Lot. Das ist mir für angesichts des Risikos eigentlich sehr, sehr angemessen. Das heißt, ich muss jetzt noch 100 Euro verdienen. Das heißt, zweimal 10 Prozent sozusagen, also vielleicht noch zwei Monate, bis ich das Ganze skalieren kann, das erste Mal skalieren kann. So, jetzt möchte ich es nur anhand dieses Beispiels ganz genau erklären. Also, bei dem normalen Konto, wo jetzt quasi dieser Roboter draufläuft, habe ich beispielsweise mir vorgenommen, alle 300 Euro zu erhöhen. Das heißt, ich starte mit 300 Euro mit 0,01 Lot und dann bei 350 Euro bin ich bei 0,01 Lot. Bei 500 Euro, so wo wir jetzt stehen, bin ich bei 0,01 Lot. Und erst wenn ich bei 600 Euro bin, kann ich dann quasi die Lotgröße auf 0,02 erhöhen, weil ich dann wieder bei 300 Euro je 0,01 Lot bin. Und dann bei 750 Euro bin ich auch wieder bei 0,02 Lot. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Cent-Konto an, wie die Skalierung hier aussieht. Und zwar starten wir auch bei 300 Euro, schrägstrich 30.000 Euro mit einem Lot. Bei 350 Euro sind wir dann schon 16 Prozent drüber, nämlich bei 1,16 Lot. Hier können wir nämlich viel, viel feiner skalieren. Also, wir haben bei 350 Euro bereits 16 Prozent höhere Skalierung als im normalen Konto. Bei 500 Euro sind wir schon 66 Prozent drüber, wir sind nämlich bei 1,66 Lot. Ja, und bei 1,66 Lot und 66 Prozent größerer Lotgröße macht man auch 66 Prozent mehr Gewinn. Ganz logisch. Das heißt, wir skalieren viel schneller, wir machen mehr Gewinne, mehr Prozente und das wirklich nicht nur im Mühbereich, sondern wirklich großflächig. Ja, das Ganze geht dann eben entsprechend weiter, dass wir zum Beispiel bei 600 Euro dann natürlich die zwei Lot haben. Das heißt, hier sind wir wieder komplett gleich, nur, dass wir die 600 Euro garantiert schneller erreichen als in dem normalen Konto. Und bei 750 Euro sind wir schon wieder bei 2,5 Lot. Das heißt, auch hier sind wir schon prozentual weitaus fortgeschrittener als im normalen Konto. Und deswegen meine These, auch wenn man mit höheren Spreads zu tun hat, die man sich zum Teil eben zurückholen kann, aber das gilt auch für das normale Konto, kann man hier mehr Gewinne machen und schneller skalieren als eben in einem normalen Konto. Für mich ist das jetzt egal. Für mich ist das in Anführungszeichen ein Demokonto, wo ich jetzt eine lange Historie habe und wo ich es einfach laufen lasse, um zu zeigen, wie gut der Roboter ist und wie gut der über ein Jahr, über zwei Jahre, drei Jahre läuft. Für mich ist das egal. In meinen Echtgeldkonten läuft es dann aber entsprechend anders und da kann ich eben viel, viel besser skalieren, zum Beispiel in einem Cent-Konto. Das war die Hauptbotschaft eigentlich. Nutze ein Cent-Konto nicht nur dafür, vielleicht um Demostrategien oder Konten oder Strategien im Allgemeinen zu testen, sondern vielleicht auch wirklich für größeres Geld, weil du einfach mehr Gewinn machen kannst, wenn du nach festen Lotgrößen handelst. Und Punkt zwei ist, mit diesem 1% am Tag, das wären bei 25 Handelstagen 2,5%, Zinses, Zins nicht einberechnet. Und das ist schon ein hohes Risiko. Das ist schon wirklich sehr riskant. Und wenn man sich hier anguckt, mit circa 10% im Monat, dass man da auch bei zum Beispiel 250% liegen kann. Und wie gesagt, hier sind ja noch nicht mal Cashbacks und so weiter mit einberechnet. Die kämen ja noch mit dazu, sondern wirklich über einen gewissen Zeitraum sich das Geld auch verdreifachen kann. Und das ist ja auch noch nicht mal ein Jahr. Und da hat sich das Geld verdreifacht und das eben in einem sehr, sehr kleinen, überschaubaren Rahmen. Hier hatte ich mal einen höheren Drawdown von 25%. Da hatte ich einfach wirklich zu wenig Kapital drin. Deswegen habe ich da ein bisschen aufgestockt. Und seitdem sieht man ja, läuft das relativ konstant einfach nach oben. Also wie gesagt, man kann auch mit geringem Risiko sein Kapital in Anführungszeichen, das klingt jetzt wirklich so absurd, verdreifachen innerhalb eines Jahres mit in Anführungszeichen geringem Risiko. So einfach ist es natürlich nicht und so sauber und einfach läuft es eben tatsächlich auch nicht. Aber wie gesagt, du siehst, was ich damit sagen möchte. Es müssen nicht 1% am Tag sein. Was du brauchst, ist einfach Zeit. Ja, nimm dir nicht zu viel vor. Sag nicht, ich möchte eine Verdopplung alle 2-3 Monate, sondern sag dir einfach, wenn ich 10% im Monat mache, über ein Jahr, über 2 Jahre, über 3 Jahre, dann kannst du ein richtiges Vermögen aufbauen. Und wie gesagt, vielleicht hilft dir das Cent-Konto dabei, weil du feiner und besser skalieren kannst. Das ist eigentlich die Hauptmessage. Wenn du noch Fragen hast, auch allgemeine Fragen generell zum Thema Forex, schreib es unten rein, ich antworte oder mache vielleicht sogar ein Video davon. Und jetzt wünsche ich dir gute Trades und bis zum nächsten Video.